Ich melde mich heute mit einem Thema bei dir, das mir wahnsinnig am Herzen liegt und das auch dir, mein Lieber, am Herzen liegen sollte. Wir müssen mehr als Männer, du, ich, unsere Artgenossen da draußen, wir müssen mehr über Sexualität sprechen. Vor allem dann, wenn es darum geht, sich verletzlich zu zeigen, wenn es darum geht, über Dinge zu sprechen, die einem vielleicht nicht pauschal angenehm sind, wenn es Dinge sind, mit denen sich unser Ego vielleicht nicht gut genug fühlt, zu frühes Kommen, Erektionsprobleme, Verkopftheiten beim Sex, Dinge laufen schief, ich bin überfordert damit, meine Partnerin, Frau und andere Männer vernünftig zu befriedigen. Solche Themen, wir müssen da mehr drüber sprechen, denn aktuell ist es so, dass wir uns in einer Schweigespirale befinden in unserer Gesellschaft, zumindest in vielen Teilen unserer Gesellschaft und es gibt wahnsinnig viele Männer, die extreme Schwierigkeiten haben in sexueller Hinsicht, die Selbstwertprobleme haben, die super verkopft sind, die wahnsinnigen Leistungsdruck haben oder die, wie gesagt, einfach handfeste sexuelle Dysfunktionen, wenn man so will, am Start haben, in Form von vorzeitigem Samerguss, Erektionsproblemen, zu frühes Kommen, Orgasmushemmungen. Jeder dealt so mit sich selbst, mit diesen Problemen. Keiner spricht drüber, jeder versucht es mit sich selbst irgendwie auszumachen. Und jeder da draußen denkt, ich bin der einzige Vogel, der es nicht vernünftig gebacken kriegt in sexueller Hinsicht. Dann würde sich diese Schweigespirale auflösen und alle Männer würden anfangen, sich ein bisschen mehr mit ihren eigenen Problematiken zu entspannen und souveräner und entspannter damit umgehen zu können, weil man einfach merkt, ich bin nicht alleine im Boot. Wir haben zum Beispiel bei uns im Programm, haben wir einen digitalen Call, sag ich jetzt mal, wo wir es ermöglichen, dass einfach alle, die im Programm drin sind, alle zusammen in einen großen Zoom-Raum reinkommen. Und in diesem großen Zoom-Raum können dann, kann einfach auch ausgetauscht werden. Das ist so, man muss das nicht machen, man muss nicht in diesen großen Raum mit den ganzen Männern reingehen. Das ist so ein zusätzliches Ding, was es bei uns gibt. Eine Möglichkeit, die wir einfach bieten, ist, dass alle im großen Zoom-Raum zusammenkommen. Und da kann man sich dann entweder zeigen oder man kann es auch lassen, man kann was sagen oder man kann komplett anonym sein. Alles ist da möglich. Aber die Grundidee ist, dass genau das passiert, ist, dass wir mit Gleichgesinnten zusammenkommen und erkennen, ich bin nicht der einzige Idiot, der es nicht hinkriegt. Da draußen gibt es richtig viele, die genau die gleichen identischen Struggles haben wie ich selbst. Und der Mann macht den Mund auf und fängt an, was zu reden. Und im Prinzip könnte ich derjenige sein, der genau diese Worte sagt. Weil der hat genau das gleiche Thema wie ich, genau die gleichen Gedanken wie ich, genau das gleiche Leid wie ich. Und ich kann dir sagen, in diesem Raum, natürlich am Anfang, die meisten Männer, die zu uns ins Programm kommen, sind da erstmal so skeptisch und sagen, da muss ich jetzt nicht unbedingt in diesen großen Raum da reingehen, in diesen digitalen Raum. Aber die meisten Männer lernen das extrem wertzuschätzen in relativ kurzer Zeit und erkennen, wie heilsam das ist, wie gut das tut, wie viel Spaß das auch einfach macht, sich mal ehrlich mit anderen Männern auszutauschen. Und in diesem Raum sind stellenweise 30, 40, 50, 60, manchmal sogar 70 Männer drin. Und es ist eine wundervolle, heilsame Atmosphäre. Und genau das brauchen wir nicht nur bei uns in einem Programm drin, sondern das brauchen wir da draußen in der echten Welt. Und deswegen ist meine Motivation an dich oder meine Inspiration an dich, sei du auch Teil der Lösung und lass uns mehr über Sexualität, vor allem Dingen über sexuelle Schwierigkeiten als Männer sprechen. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, findest du den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.